Anton Bruckner an Arthur Nikisch. Wien, 19. Dezember 1884. Hochwohlgeborener Herr Kapellmeister. Bereits habe ich meinen Urlaub in der Tasche und gedenke am 26. des Abends mit dem Kurierzuge der Nordwestbahn abzureisen, mit dem ich Samstag den 27. Dezember um 11 Uhr mittags in Leipzig einzutreffen gedenke. Ausgenommen hoch derselbe, würden wir sagen, bleiben Sie lieber zu Hause. Sind keine Militärtuben verwendbar? Waren schon Proben? Wie klingt die Sinfonie? Bitte schreiben Sie mir das in Ihrer großartigen Güte, da ich schon sehr aufgeregt bin. Fällt das Werk durch, so fahre ich bei Nacht und Nebel ab. Gratuliere sehr zum großartigen Tristan-Erfolge. Hoffentlich wird alles schon sehr gut gehen, denn Künstler, die den Tristan so gut spielen, werden auch gewiss meine 7. Sinfonie vorzüglich aufführen. Haben Euer Hochwohlgeborenen sonst einen Wunsch, so bitte ich denselben mir nur bekannt geben zu wollen. Schade ist es, dass gerade Universitätsferien sein werden. Großartig sind die Briefe Levis aus München. Nochmal herzlichst bittend, mir gütigst bald schreiben zu wollen, verbleibe ich dankbarst mit tiefstem Respekte, Euer Hochwohlgeborenen und aufgeregter Anton Bruckner.